Hallo und herzlich willkommen bei deinem Tutorial zum Thema Art Journaling. Hier siehst du ein ganz normales Notizbuch, was ich mir ausgesucht habe und angefangen habe, in regelmäßigen Abständen, ähnlich wie in einem Tagebuch, mich kreativ auszudrücken. Und dabei geht es gar nicht darum, dass es besonders schön wird oder einen besonderen Mehrwert hat. Es geht einfach darum, fließen zu lassen, was kommt, deiner Kreativität Ausdruck zu verleihen und dich mit etwas zu beschäftigen, was dir angenehm ist, was dir gut tut und wobei du dich auch gefühlsmäßig ausdrücken kannst, wo Eindrücke Raum bekommen, wo Ideen einfach entfaltet werden können. Dafür eignet sich wunderbar das Art Journaling. Heute möchte ich dir eine Mischtechnik vorstellen und zwar mit Aquarellfarbe und Collage, Feinliner und Pastellkreide. Hier siehst du, dass ich einfach drauf losmale und mit einem Spachtel die Farben vermische. Ich arbeite sehr gerne mit einem Spachtel, also diese Ikea-Karte ist meine Spachtel und dann arbeite ich auch sehr gerne mit Mustern. Mir geht es einfach darum, fließen zu lassen, was kommt, dich der Sache hinzugeben, gar nicht darauf zu achten, ob es perfekt ist oder ein besonderes Ergebnis bei rumkommen soll. Schau mal, wo es dich hintreibt beim Malen und welche Materialien, welche Farben es dir am Ende auch antun. Ob du sehr gerne mit Buntstiften malst, das lässt sich natürlich sehr gut unterwegs machen oder mit Filzstiften oder mit Kreiden oder in meinem Fall eben auch mit Acryl und diesen Mischtechniken. Ich liebe es mit Mustern der ganzen Sache eine Form zu geben. Hier erkennst du jetzt zum Beispiel, das ist auch ein spannender Moment, wie gehst du mit Herausforderungen um, wie findest du neue Lösungen, wenn es Momente gibt, die dir nicht gefallen, wo du das Gefühl hast, das war jetzt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Machst du weiter, gibst du auf. Also ich habe dann überlegt, die Collage noch dazu zu nehmen und der Sache noch eine andere Bedeutung zu geben, die mir an der Stelle wichtig war. Und so kannst du eben auch mit Bildern das Ganze erweitern und ergänzen. Man kann auch Stoff nehmen, Naturmaterialien. Es gibt noch sehr viele unterschiedliche Techniken, was da möglich ist, um dem Ganzen eine besondere Tiefe zu geben oder Intensität zu vermitteln. Hier male ich jetzt auch mit den Fingern. Das ist auch eine Möglichkeit, dass du sozusagen mehr in Kontakt kommst mit deinem Werk, mit deinem Bild in Verbindung gehst und mehr Kontrolle vielleicht hast über den Farbauftrag. Da sind dir keine Grenzen gesetzt. Probiere dich aus, schau, was kommt, was sein möchte und lass es einfach fließen. Darum geht es letzten Endes in diesem kreativen Prozess. Dann kannst du mit Worten spielen, ob nun per Fineliner oder wie hier aufgeklebt und ich habe am Ende auch noch Stempel benutzt. Auch das ist möglich, da einfach ein bisschen die Worte, die dir in den Sinn kommen, in dein Bild zu integrieren. Und am Ende nehme ich die Pastellkreide und gebe dem Ganzen noch so ein bisschen Tiefe und ein bisschen einen Vintage-Touch. Das ist mein Ergebnis. Ich bin ganz stolz darauf, ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht. Das war mein Abendprogramm quasi, also abends sich eben nochmal hinzusetzen und sich kreativ auszudrücken. Das ist für mich Entspannung und ich hoffe, auch du kannst ein bisschen was davon mitnehmen. Das weiß ich auch, das sind nicht Evangelium.